Ok Hm, jetzt kommen, jetzt werden sie übermütig Wenn die sich jetzt kollegial wegbewegen, ist es auch schon mal was Aber wo der immer hin rennt, also da Bleibt wachsam, nur für den Fall Ich müsste ihn schon ganz dahinter kriegen Hm Ok, machen wir jetzt folgendes, wir bewegen uns mal langsam vor Das ist gewagt, das ist gewagt, das gebe ich zu Aber er läuft gerade von uns weg Ok, wenn wir den jetzt ein bisschen zu uns locken würden Ok Der darf uns Darf uns nicht mitbekommen Ok Im Licht zu stehen ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee Ok Ok Da ist eine Kamera Dann überblicken wir jetzt mal das Feld, also Persönlich finde ich die Mission schon spannend Den kann man ablenken Den kann man ablenken Enten gibt es noch eine Kamera Ich glaube wir sind einfach von der falschen Seite herein gegangen Wer war das verdammt? Ok Ok Sieht ok aus Ja, das ist nicht normal So Dann hält der uns nämlich nicht mehr auf Und jetzt können wir hier nämlich So diese Kasten suchen So So Identifiziere dich Oh, er hat den Toten gesehen Shit Was zur Hölle? Shit Pass gut auf Geh weg weiter vor Sonst geh ich einmal außen rum Sonst geh ich einmal außen rum Hm Komme ich jetzt von dem weg? Gut reagiert Gut reagiert Das war echt gut reagiert Ok Ok Also nochmal Profiler Wir müssen da rüber Einmal quer über das Feld Ok Nochmal Überblick bekommen Ist hier noch jemand? Der kann Verstärkung rufen Gut Gut, dass wir da nicht hinlaufen müssen Ich bin so froh, dass wir über Kamera hacken können Er gehört dir Moment Moment, Moment Stopp Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest Lance Brenner Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie Was soll das? Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben Familienmensch Die Kinder gehen wohl bald aufs College Teuer für'n Gewerkschafter Fick dich Und dann gibt es das zweite Leben Geisterkonten mit nem ganzen Haufen Geld drauf Hey Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden Ok, warte Willst du ein Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten Du verschwendest Zeit Na gut, na gut Fuck Der Knastjob? Das ist Angela Tucci Er ist in einem Konvoi aber zu spät Du findest ihn nie Er sagt, dass ich ihn will Ich wette, er hat Familie in der Stadt Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch Wie schlimm Kennst du Kinderhook? Scheiße Ok So Elektronische Teile nehmen wir mit Splittergranaten kann man immer gebrauchen Was ist das hier? Ah, Systemschlüssel Ok So 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 So, dann laufen wir doch mal. So, okay. Ich weiß, du musst jetzt los. Wir brauchen jeden verfügbaren Mann. Wow. Komm. Ah, verdammt. Verdammt. Echt, so gegen Ende. Nur weil dieses blöde Boot nicht beschleunigen kann. Echt, wir hatten das Boot eigentlich daher geschafft. War das ich oder was? Also, okay. Wir können da schlecht rausflüchten. Ich merke schon. Wach auf, wir sind mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. So. Okay. Ich wollte aber nicht. Okay. 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 Ich滴 von eben. Jakob. Oh. Okay. Okay. Link. Okay. Let's go. They'reank Link! Yeah. Oh, Sam! Come here. Was ist das? Was ist das? Okay. Ja, den habe ich gerade echt schlecht erwischt. Gebe ich gerne zu. Ah, verdammt. Ich mache das hier fertig. Ja, mach mal. Okay. Oh. Nice, nice. City as Blackout. Den können wir jetzt schön flüchten. Boah, die haben sich aber selber ins Knie geschossen. Aber sowas von. Ich kann jetzt entkommen. Tja, wo bin ich jetzt bloß? Sucht weiter. Ich habe ihn verloren. Na, ich schwimme. LF an alle Einheiten. Luftunterstützung auf dem Weg. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass sie mich nicht nochmal kriegen. Sucht weiter. Hey, wie zum Prüfen konntet ihr uns abschütteln? Boah, Leute. Schwere Geburt. So, wir haben Experience erhalten. 500. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay. Heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay. Ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Was soll das denn? Ach, ich komme schon klar. Und du? Ich rufe. Tschüss. Vielen Dank.